Hallo und herzlich Willkommen hierher, zurück im Livestream von Dead Cells. So. Wir kloppen uns einfach nochmal schnell durch hier, das geht fix jetzt einfach. Viel mehr Rollen, ich muss auch... Ich hätte viel mehr Rollen auch sollen, einfach, ne? Einmal pro Ebene und nachdem du einmal Heilung benutzt hast. Ah, okay. Guck mal, jetzt sind wir hier schon durch. Die Tür ist zu und das ist auch zu. Ich habe genau eine einzige Seele, ne? Das ist ärgerlich, jetzt bin ich zu schnell durchgegangen. Jetzt bin ich zu schnell durch... Und jetzt siehst du auch... Oh, du mal, zufälliger Einsteuerbogen. Naja. Ja, jetzt fehlen mir einige Sachen aus dem Level. Das ist unangenehm gerade. Ich hätte jetzt mehr machen sollen. Kann ich nochmal zurückgehen? Ne, ne? Bin runtergefallen, ne? Soweit. Aber der sammelt da nicht ein, ne? Das war jetzt zu schnell. Ja, ach, hätte ich fast die Bonus haben können. Das stimmt. Rotation haben wir gemacht. Was wäre das denn gewesen für ein Bonus? Ach, Mist. Hätte ich jetzt nicht... Lohnt sich das, die Boni hier einzusammeln? Lohnt sich das denn? Dann können wir beim nächsten Mal einfach nur schnell durchrennen, ne? Scharfschützen habt ihr gewählt. Komm nicht raus hier. Ach, so ein Mist, ey. So ein ärgerlicher Mist. She can. Okay, so. Wo liegen wir aktuell? Anderthalb Stunden haben wir durch. Okay. Ah, okay. Schicken greift an in der Nähe mit feindlichen Einheiten. Das ist schon mal eine sehr geile Sache. Man müsste halt ein Schicken haben, ne? Siehst du halt, ich mache überhaupt kein Damage hier, ne? Ich hätte mehr suchen müssen in dem anderen Level. Okay. Okay, so. Gehen wir mal, müssen wir hier durchgehen. Ach, können wir hochklettern? Ja, können wir. Am Rohr können wir hochklettern, okay. Bin zu schwach hier. Aber immerhin, wir haben die Fiole auf die doppelte... Ich weiß nicht, ob die jetzt mehr heilt, ne? Oder ob man die jetzt öfter nehmen kann? Ach ja, die... Ach, guck mal, nur 100 Lebenspunkte, ey. Das ist zu wenig. Warte mal, jetzt hier unten weiter. Die Perlen-Diamant. Oh, guck mal, ich habe gutes Geld. Und jetzt, hier ist ein Rohr. Ich bin eingesperrt jetzt. Äh, ich komme nicht mehr raus. Wo ist es jetzt hier durch? Hier komme ich ja auch nicht hoch. Hä, bin ich doof? Wie komme ich jetzt hier raus? Warte mal. Kurz mal auf die Map schauen. Ach, hier ist doch was. Ah, okay. Bin ich doof, ja. Ich bin doof. Die Frage, kann ich mir selber einruhen? Oh. Oh. Ach, Mist, ey. Nur noch 240 Lebenspunkte. Schade mal neu und probiere, unter zwei Minuten durchzukommen. Dann bekommst du tolle Amulette. Okay. Okay, das können wir ja beim nächsten Mal auf jeden Fall versuchen. Was bringen denn diese Amulette dann? Danke für die Heilung auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall noch einen Heiltrang, wie ich sehe. Jetzt weiß ich nicht, ob wir genau zwei haben oder ob wir sogar noch mehr haben. Die Frage ist natürlich, man muss auch genau wissen, wo man hinrennen muss in den zwei Minuten, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ich renne doch immer in die falsche Richtung. Also, können wir mal wieder mal einen Bogen haben, der Schaden macht? Ey, ohne Witz. Was soll ich denn dem Ding? Au. Au. Hauptsache, der vom Gegner macht Schaden. Das ist wichtig. Sind zwei. Sind genau zwei, okay. Oh ja, guck mal, hier, zwei Lebensbrühe noch. Und die Waffen sind meistens vier oder besser. Okay. Naja, jetzt bin ich gleich platt. Jetzt bin ich da eh gleich platt hier. Was ist das hier? Peitsche. Was ist mit der Peitsche jetzt, ne? Hä? Wir hatten doch gestern... Jetzt ist heilen aus, ne? Noch nicht eine Rune gefunden. Nichts hier. Ach, da oben liegt was, da komme ich aber nicht ran. Da komme ich auch nicht rüber. Boah. Zum Glück habe ich das Huhn, ey. Zum Glück habe ich das Huhn. Hast du noch das Item zum Heilen? Achso, habe ich. Aber heilt mich das Item? Ein bisschen nur. Der hat noch irgendwas anderes gemacht, glaube ich. Oh, das tut so derbe weh. Ah, hier gibt es die Bärenfalle. Oder Knüppel. Absorbiert 75% Schaden. Betäubt gelockte Gegner. Die Betäubung hält bei erfolgreichen Parierern länger an. Okay. Stell zwei Fallen auf. Ich lehne den einfach mal mit. Der ist eh leicht tot hier. Ja, leicht und glaube kurze Unverwundbarkeit. Okay, jetzt ist es jedenfalls alle. Okay, jetzt gucken wir mal, was ist hier? Ah, da ist der Händler. Hier lohnt es sich, glaube ich, nicht Geld zu investieren. Weil... Das überlebe ich eh nicht. Ach, da unten wäre ein Ausgang gewesen. Aber ich komme da nicht hin. Weil... Warum auch immer, ich komme da nicht hin. Schau mal in das Inventar. Da steht es. Warte mal, ins Inventar? Da ist die Peitsche irgendwo, ne? Wo ist die? Anfängerbogen. Bärenfalle. Bärenfalle, Tunicum. Ach so, Tunicum. Gegenstand leer. Du kannst ihn auffüllen, indem du eine Medizinfiode verbrauchst. Ah, okay. Was genau das aber jetzt macht? Wie kann ich jetzt so schwach sein, ey? Mit 21 Lebenspunkten noch. Noch nicht eine Sache ist hier gelevelt irgendwie. Ich habe gar nichts, habe ich. Die Bärenfalle hätte ich noch. Die kann ich ja versuchen zu werfen. Zum Glück habe ich das Huhn, ey. Das Huhn ist gut. So, was tun wir jetzt, ey? Da drüben geht es auf jeden Fall irgendwo hin hoch. Einfach mal hingesetzt, ne? Unangenehm. Aber zum Glück habe ich das Chicken. Chicken, Chicken, Chicken ist gut. Okay. Das war nichts. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier... Halt ihn fest! Okay. Haben wir. Haben wir festgehalten. Ah. Ah. Warte mal. Also, ich habe überhaupt noch nichts. Ich bin so richtig weak. Danke. Borg, danke. Da oben ist noch so ein Ding. Wenn man nach dem Sterben jetzt wenigstens so ein bisschen... Tunicum 2 haben wir jetzt. Hast du hier sehen? Wenn man wenigstens seine 14 Seelenpunkte nach dem Sterben investieren könnte, ne? Das wäre doch cool. Komm ich da drüben irgendwie rein? Da fliegt doch irgendwas. Da oben ist doch irgendwas. Danke. Seele. Ist das hier unten der Ausgang? Dann komme ich wieder nicht hoch. Hier sieht jede Runde anders aus, nicht wahr? Hier komme ich nicht raus. Da war ich gerade. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir jetzt hin? Ich bin hier rechts unten. Alte Kanalisation. Was ist denn das hier? Habe ich da ein Buch übersehen? Die Zellen sehen, ja. Es tut mir leid. Aber Seelen und Zellen. Da ist doch genau über mir ist doch ein Buch. Habe ich das nicht eingesammelt? Bin ich denn doof? Habe ich das hier liegen? Ach, guck mal an. Einfach mal liegen lassen, ne? Das Buch. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder runter. Ihr könnt derzeit auswählen, was besser werden soll. Ich glaube mal, es lohnt sich heute hier jetzt nicht. Oh, da kann man ja an der Wand kratzen. Schau mal. Es lohnt sich jetzt vielleicht, ja, die Bärenfalle grün. Also Taktik oder Vitalität zu nutzen, ne? Aber ich bin mir nicht so sicher. Weil wir die Bärenfalle, die nutzen wir ja bestimmt weiterhin. Hier müssen wir noch hoch. Hier oben waren wir noch nicht. Überleben erhöht. Da kommen wir nicht rein. Meine Ruhe liegt hier irgendwo rum. Was? Aber ganz und gar nicht der Grund zur Sorge. Du bist schon soweit gekommen. Du machst doch einen kurzen Prozess mit allem, was in die Quere kommt. Also dann, ab mit dir. Was ist da unten? Muss ich jetzt da runter? Es ist bestimmt hier oben drin, oder? Aber da komme ich nicht rein. Was ist das, wenn ich jetzt hier runterspringe? Wo bin ich denn auf der Karte gerade? Warte mal. Ja, da passiert nichts. Okay. Das wird nichts. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist Quatsch, Schütze. Keine Munition mehr. Mist. Mist, ey. Ärgerlich. Ärgerlich. Wie unangenehm. Und ich konnte wieder in die Punkte nicht investieren. Ewig Punkte sammeln und dann für nichts. Komm, wir versuchen jetzt mal durchzurennen, wirklich tatsächlich. Achso, das geht nicht mal mit. So, jetzt rennen wir mal einfach so schnell, wir können hier durch. Nach hier ist schon mal nicht richtig. So was. Ach, bescheuert, ey. So, jetzt ist die Frage, wohin muss ich rennen? Ich renne jetzt einfach so gut, ich kann durch, ne? Ich mache überhaupt keinen Schaden, ne? Überhaupt keinen Schaden, ne? Ich nehme mich. Geht her, das nehmen wir mit. Ich brauche mehr Schaden. Hier muss ich runter. Hier muss ich runter. Wo muss ich hin, wo muss ich hin? Hier bin ich falsch, oder? Alles mitnehmen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Runen. Das hat man ja vorhin nicht. So, dann holen wir das auch noch schnell weg. Speedrun hier. Haut Damage raus. Jawoll. War okay, relativ gut durchgekommen, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, ob sie jetzt die... Aktuell ist halt 1,34. Ja, bitte. Muss ich mir jetzt eine raussuchen? Da jetzt Zuschauer haben Pergament des Assassinen 50% Brutalität. Okay. Okay, nice. Was mache ich jetzt, ne? Ich steige mal die Brutalität. Ah, hier gibt es noch ein paar Runen. Das lohnt sich doch tatsächlich. Das ist doch der Froststrahl wieder, oder? Was ist das? Rubin-Amulett. Minus 5% erscheint. Okay. Ich nehme das hier. Das habe ich gestern als Bogen genommen. Ja, lol. Was haben wir hier? Sturmschild. So, jetzt zum Eingang. Habe ich jetzt etwas übersehen hier? Gibt es hier noch was? Nö. Den doofen Bogen haben wir liegen lassen. Der ist eh doof. Also, es lohnt sich doch hier durchzurennen, voller Hemme. So. Hä? Nicht doof? Ach so. Hier ist der Eingang. Und hier? 30 Gegner. Das wird also nischt gewesen sein. Ah, nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch einige Punkte. Wir haben jetzt mehr Punkte bekommen. 25 Seelen oder Zellen. Verwerten. Wandeln am Boden oder Schatzstrung gefunden. Gegenteil in Gold um. Ach, ich das brauche. Weiß ich nicht. Einsteigerbogen zufällig wählen. Wir haben 25 Zellen. Munition, Mutation, Unterstützung. Plus 65 SPS, wenn du dich in der Nähe einer stationären Fertigkeit aufhältst. Na, okay. Was mich nicht umbringt. Stellt nach Parieren. Punkte her. Ja, okay. Wir machen jetzt weiter hier oben. Zufälliger Einsteigerbogen. Kann man nicht gleich alle hier hinlegen. Muss jetzt wirklich hier den Knopf einzeln drücken. Okay, man kann nur schlechte Sachen für dich wählen. Naja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt im Moment. Das ist ja, hast du ja, wozu mal? So, Jäger ist irgendwie voll. Er kostet die abgesehen davon. Blindes Vertrauen. Nekromantie. Machen wir. Ob wir jetzt nochmal schnell durchrennen können? Nein, du kannst es drückteilen. Okay. Hat jetzt nicht funktioniert bei mir. Probier beim nächsten Mal. Die Filiole ist ja auf jeden Fall auf Stufe 2, ne? So, Dike. Das I-Type bisschen. Finde, da ist noch eine Bombe fallen. Na gut, das ist aber am wenigsten ein Problem, glaube ich. Was habt ihr denn ausgewählt? Habt ihr noch gar nicht ausgewählt? Ich mach auch gleich erstmal Schluss für heute. Die zwei Stunden sind gleich voll. Und dann können wir hier beim nächsten Mal weiterspielen. So wie es aussieht, kann man weiterspielen. So sah es zumindest aus. Ich bin heute reingegangen. Und da sah es so aus, als könnte ich beim nächsten Mal hier weiterspielen, ne? So. 299 Follower. Ich geh krachen, ja. 299 Follower bei Twitch. Das wird witzig. War es jetzt hier durchrennen? Ach, Dark, weil ihr Dark genommen habt, oder was? Ach nee, Dark ist kacke, ey. Oh, hatten wir gestern schon mal. Dark, das war ja richtig... Okay, Folge dem Licht wurde gewählt. Na dann los. Ich versuche es einfach mal hier durchzujumpen, ne? Können wir eigentlich durchrollen, habt ihr gesagt. Hätte ich machen können. Was ist das da oben? Achso, das ist ein Licht. Ich versuche es einfach mal hier durchzurennen, ne? Oh, hier liegt ein Schwert. Ne, es war auch ein Diamant. Los. Nein! Nicht schaden, ne? Ach, ich nehme es auch wie schaden, ne? Wenn ich, äh... Wenn ich nicht im Licht bin, oder? War das nicht so? Mir egal. Die dumme... Kackpratze von... ...von Puppe da. Lauf weiter jetzt, ne? Ja, gibt's auch keine Seele. Wie viel Schaden habe ich noch genommen? Okay. So, geh hoch da. Nimm ich jetzt viel Schaden? Ne, ne? Das war was anderes, oder? Die geben... Die geben auf jeden Fall... ...Seelen, aber die hier nicht, ne? Ne, doch, der hat auch eine Seele gegeben. Hier hänge ich jetzt wieder fest. Das hatte ich schon mal. Bewegt dich! Renne ein bisschen schneller. Frostschlag 2. Auf Frostschlag 4+. Äh, nö. Da bin ich jetzt nicht so dran interessiert. So, ich mach jetzt hier einfach niemanden tot. Ich renne einfach nur durch. Mal gucken, wie... Alter. Ein bisschen mitdenken. Das wäre schon... So, komm, jetzt gehen wir hier hoch. Hopp. Viel. Hoch da. Ja, lol. Gefängnisdächer. Doch, nimm Schaden, wenn du lange... Okay. Na, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir haben jetzt... Ähm... Ja, bitte. Ja, geil. Ach, das gefällt mir. Was ist das? Eisbogen. Goldamulett. Oder... Eisgranate 5+. Dann nehmen wir jetzt mal das Goldamulett. Ein Luftsprung mehr. Und Schmetterangriffe überziehen den Boden mit Öl. Na, dann bitte. Das ist der Anfang wieder. Och, nö. Kommt, was ist alles? Ach, nö. Och, nö. Was ist alles? Und das sind 60 Gegner, haben wir nicht geschafft. Okay. Ach, komm. Aber wir haben immerhin 27 Zellen. Ah, da können wir fürs nächste Mal uns einen besseren Einsteigerbogen... Alles kann ich... Ah, okay. Doch, ihr habt recht, die Drücktheiten geht. Der Bogen, mit dem du anfängst, wird zufällig unter den von dir freigestellten Bögen ausgewählt. Ja, bitte. Und jetzt können wir natürlich das gleiche mit dem Schwert machen. Wo ist denn das... Schild? War doch doof. Ein zufälliges Einsteiger-Nahkampf-Ding? Warum geht denn das nicht? Fünf Zellen noch übrig. Dann nehmen wir natürlich auch noch den Schnellfeuerbogen, oder? Gehen wir als nächstes auf den? Oder was machen wir jetzt? Ah, was machen wir als nächstes? Schild? Ach, guck mal, die Medizin-Violet 3! Aber so viel heilen können wir gar nicht. Das macht keinen Sinn. Gegner leiden 37 SPS, wenn sie verlangsamt sind. Stellt nach dem Parieren Unterstützung. Ja, oh, das ist doof, ne? Wenn man jetzt so wüsste, was man so... Komm, wir machen jetzt Distanzwaffe noch. Okay. Und dann haben wir jetzt hier noch... Warum halte ich nicht mehr? Das weiß ich nicht. Und doppelte Munition. Ach, das macht auch keinen Sinn. Ich habe auch keinen Bogen. Oh, na, ich kriege noch einen Bogen. Ich kriege noch einen Bogen. Ich kriege noch einen Bogen. Den Frostangriff. Ah, das war so dumm gerade. Okay, Freunde. Wir machen das jetzt so. Ich gehe jetzt hoch in die Mission. Und danach mache ich aus. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt. Gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin würde ich einfach jetzt sagen, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt mir schön gesund. Haut rein und... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.